Flyer Alarm. Das sind über drei Millionen Druckprodukte, die rasend schnell bei Ihnen ankommen. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen vier Versandservices. Same Day, Overnight, Express und unsere überragend günstige Standardlieferung. Bitte beachten Sie einfach, dass Sie rechtzeitig Ihre druckfähigen Daten hochladen und somit die Deadline für Ihre Bestellung einhalten. Diese ist abhängig von Ihrem Wunschprodukt und der Auflage. Bis wann Sie Ihre Daten hochladen müssen, damit Ihre gewünschte Lieferzeit eingehalten werden kann, wird Ihnen in unserem Online-Shop links neben dem Preis angezeigt. Anschließend platzieren Sie Ihren Auftrag, checken Ihre Daten und laden diese hoch. Wichtig ist natürlich auch, dass Ihre Zahlung rechtzeitig auf unserem Konto eingeht. Wann Ihr Wunschpaket bei Ihnen ist, können Sie einfach selbst berechnen. Klar kommt es dabei auch auf Ihr gewähltes Produkt und die Auflage an. Die folgenden Beispiele verraten Ihnen, wie einfach unsere Versandoptionen funktionieren. Los geht's! Wenn es mal auf den letzten Drücker sein muss, ist unser Same Day Service die Antwort auf Ihre Deadline. Bestellen Sie an einem Werktag morgens vor 9 Uhr Flyer oder Visitenkarten per Same Day und holen Sie Ihre Drucksachen noch am selben Tag ab 17.30 Uhr in einem unserer Stores in Deutschland ab. Sie fahren morgen zur Messe und brauchen noch dringend eine Plane? Mit unserem Overnight-Versand halten Sie Ihr Produkt schon einen Tag nach Ihrer Bestellung in den Händen. Welche Artikel wir im Overnight-Service anbieten, zeigt Ihnen das Mondsymbol in unserem Online-Shop. Ähnlich schnell geht's auch mit unserer Lieferoption Express. Jede Menge Drucksachen bereits zwei Werktage später bequem entgegennehmen. Das Wochenende steht vor der Tür und Sie benötigen auf die Schnelle noch etwas für Ihr Event? Dann ist unser Express mit der Zusatzoption Samstagszustellung genau richtig für Sie. Wer donnerstags vor 10 Uhr per Express inklusive Samstagszustellung ordert, bekommt zwei Tage später am Samstag seine Wunschprodukte. Noch schneller geht's mit unserem Overnight-Service. Bestellen Sie freitags per Overnight und wählen Sie die Zusatzoption Samstagszustellung. Ihre Lieferung kommt so pünktlich am Samstag bei Ihnen an. Ordern Sie am Freitag per Overnight und verzichten bei Ihrer Bestellung auf die Option Samstagszustellung, erhalten Sie Ihre Produkte nach dem Wochenende am Montag. Ähnlich fix ist auch unsere Lieferoption Express. Wer freitags vor 10 Uhr per Express bestellt, bekommt eine Vielzahl an Produkten innerhalb von nur zwei Werktagen, also am Dienstag zugestellt. Na, überzeugt? Bestellen bei Europas Nummer 1 im Online-Druck ist kinderleicht. Wir machen alles für Sie möglich. Sie haben noch Fragen? Auf flyeralarm.com finden Sie neben drei Millionen innovativen Druckprodukten natürlich auch alles zu unseren Lieferzeiten zum Nachlesen.